hallo und herzlich willkommen zu let's play world of tanks und ich bin wieder ganz herzlich erfreut darüber dass ihr den weg zu mir gefunden hat ein panzer den ich selbst in meiner garage habe aber gefühlt einfach zu wenig spiele und auch selber zeige ist der löwe schön dass in kurado biker hier für uns den panzer auspackt elder luft ist die karte und er ist top tier das ist natürlich immer schön deswegen sind wir sehr gespannt was er hier reißen wird lustig ich hätte jetzt direkt erwartet dass er klassischerweise rechts fahrt aber er hält den turm links rüber da bin ich jetzt mal gespannt was er jetzt macht weil ich kenne diese stelle die klassische auf a1 da wo natürlich hier gerne hart und viel gefaltet wird so jetzt kommt er hier natürlich nicht auf den t37 drauf will aber vielleicht hier abdecken dass gerade die mediums und auch die lights da nicht so einfach spiel haben und da kriegt er doch schon den st auf kann hier den ersten direkt verpassen so na jetzt wird es ein bisschen schwieriger aber der st macht sie sehr leicht und fahrt noch mal hoch und hält extra sein köpfchen raus so jetzt kommt da noch ein zweiter da ist der bulldog durchgefahren sie schießen alle hier brav auf die kette und diesmal kriegt er den str nicht so aber der str bleibt so dass er eben noch mal eine auf dem deckel geben kann ja jetzt aber also jetzt macht das eben wiederum etwas schwerer als gerade eben naja ich habe nichts gesagt so und jetzt ist der bulldog oben und der wiederum setzt ihnen etwas mehr zu so a schade da hätte ihn eigentlich direkt eine geben können aber wie gesagt man sieht ganz gut dass der bulldog in der einzige ist der ihn wirklich hier aktuell nervt schade da hätte er den str noch mal treffen können so aber mt da sieht man mal teilweise die zeit wie knapp das einfach ist was da teilweise fehlt ja jetzt macht es in der st deutlich schwieriger schade schadet den dürfte jetzt einfach mal weg machen jetzt ist er weg auch wenn er es selber nicht besorgt hat aber es wurde besorgt so da ist der tiger vom kometen zerstört werden worden der bulldog ist hier vorne immer noch am leben aktuell 3 zu 5 für den gegner 4 zu 5 das ist doch jetzt etwas besser jetzt kommt da drüben ein t 37 langsam aber sicher hoch muss man auf der minima bisschen aufpassen der ist nämlich mehr so weit weg das nahe an der unheil ist nämlich schon hier drüben fahrt jetzt auch hoch da muss man ja da würde ihn bekommen wer selber Kriegt es noch gar nicht mit 47 hat es aber auch nicht wirklich früh mitbekommen Hat der es die sie um 30 umgeschickt angestellt da hätte viel entspannter den schaden anbringen können ohne sich da selber zu opfern hat war auch wohl noch gedanken abwesend so bulldog das muss wehtun das sind die spräche die kann man halt so gar nicht gebrauchen wenn man auf so ein scout schießt so jetzt wartet wenigstens bis er nachgeladen hat so jetzt hat sich der bulldog wieder hinter seine steinchen verdrückt jetzt fahrt er vielleicht sogar runter das weiß man natürlich ist nicht so der panther ist aber auch sehr passiv wo wir beim thema panther sind kommt doch da vorne gleich ein anderer vielleicht noch mal wenn er gerade nachgeladen bekommt schaut so aus als ob der panther da stehen bleibt dass er eben auch ja noch mal einen einschenken kann kleint wäre in den versuch wert ein bisschen weiter rechts würde ich vielleicht sagen na schade ob es ein hit war wahrscheinlich nicht weil sonst hätte ihn eigentlich zerstören müssen zumindest kein durchschlag so was ist da unten noch so oder drüben ist doch noch ein panther ja panther tage da konnte er den panther zerstören und was ist da unten die hellcat so jetzt fahrt der eigene panther 8 8 auf den bulldog drauf der bulldog zündet ihn aber an oder nimmt ihn scheinbar auch nein er lässt 8 stehen und der nimmt ihn direkt raus zündet ihn zweimal an hat der panther nicht gut gemacht schade schade aber vielleicht genau wenn er jetzt so wartet er weiß er ist wie so ein ladendieb die kommen auch immer wieder an den ort des geschehens zurück und in dem fall wenn er da rauskommt kriegt er sofort eine in die schnauze naja aber steht 11 13 der bulldog hat jetzt auch noch den IS-3 weggemacht kommt jetzt von hier nicht zum decappen jetzt muss er wenigstens den IS-3 genau so einen muss er noch IS-3 hat verschossen er nutzt es ganz hart und eiskalt aus und macht ihn weg jetzt ist er offen ja da ist natürlich wieder der bulldog der ist ein nerviges kleines ding den muss er jetzt endlich mal wegbekommen aber er scheint den bulldog jetzt zu ignorieren und geht auf den tgp ne da muss er auf den helm schießen der ist nämlich sehr weich ja da oben ne ja geht auch wie gesagt bräuchte es sich nicht so schwierig machen kriegt zwar hier den kill aber schießt einfach auf den turm da kommt er eigentlich fast immer durch so unten wird nach wie vor gecappt aber es dauert noch ganze zwei minuten das heißt wahrscheinlich guckt er sich jetzt nochmal wieder an wo sein bester freund ist der sta fahrt wiederum jetzt mal runter auf die hellcat oh da ist der bulldog der hat sich von seinem fleckchen weg bewegt jetzt klippt er auch noch den sta raus ne er ist jetzt im reload scheinbar er ist jetzt tatsächlich im reload glück für den sta pech für den bulldog so und jetzt lässt er sich hier troppen nein und er verschießt dass er sich hier die kette zieht war zu erwarten aber dass er hier noch dass er verschießt das war natürlich ärgerlich so jetzt hat er natürlich das thema dass er bei weitem langsamer ist als der bulldog und hier dieses spielchen des rumfahrens nicht so stark beherrscht hat sich jetzt in den cap auch noch gestellt 30 sekunden da muss er jetzt erstmal bis zum cap kommen dann wird er automatisch unterbrochen sobald er drin steht im begegnungsgefecht dann hat er wiederum alle zeit der welt aber natürlich mit zwei gegnern wenn sie sich absprechen würden wird es natürlich sehr sehr schwierig so bei zehn sekunden fahrt er jetzt rein 9 hp vorteil hat er definitiv also er kann sich ein zwei hits abholen ohne das großartig nein macht doch ruhig ohne da großartig sorgen haben zu müssen und jetzt stehen beide also sie hinterfahren keiner das ist natürlich für ihn jetzt ideal für den gegner eher schlecht dass sie das so machen wie sie es machen da muss man auf den cap verzichten und jetzt wackelt er hier gerade nach unten kann die präschen ist leider nicht vorhanden die direr braucht so jetzt nimmt er erstmal den bulldog raus genau richtig der war hat sich angeboten und jetzt kann er den hellcats in aller ruhe fertig machen ob er unbedingt zeit strafen muss braucht er eigentlich gar nicht mehr wie gesagt selbst wenn er sich einen hit abholt mein gott so wat so hart sind die reparaturkosten auch nicht oh hellcats schießt auch noch mit he und jetzt dürft es passieren da hat er seinen fünften kill leider kein krieger aber trotzdem vernünftig die kredit oder das einkommen das ist auch absolut in ordnung das seht ihr jetzt bei der endauswertung ich hoffe euch hat das replay gefallen bis bald euer alcaramba und jetzt dann d